Das ist Leica, oder? Doch! Wirklich? Ich schwöre! So krass! Das ist ja Leica! Das ist richtig krass! Das ist Beindruck von der Kamera! Oh, geil! Oh, das ist Leica! Willkommen zurück zu einem neuen Video von Einfach Chadi! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt! Heute habe ich Christina mit am Start. Sie hat auch einen eigenen YouTube-Channel mit ihrer Freundin, mit Maria. Maria kommt nachher auch vor die Kamera. Das war Maria. Und bei mir ist natürlich meine Begleitung der Real Axel G. Der kommt nachher auch vor die Kamera. Heute machen wir eine Boys gegen Girls Challenge. Wir fangen... Wir fangen heute mit der Boys Challenge an. Die Mädels kriegen von uns drei Aufgaben, die sie vor der Kamera machen müssen. Auf ihrem Kanal werdet ihr sehen, was wir für eine Scheiße machen mussten. Aber... Wir kommen jetzt mal zum Part von unserem Video. Ich bin scheiße! Und Mädels kommen nur... Also kommen nur Niederge-Channel, das weiß ich nicht. Stell dir vor, wir werden geschminkt. Scheiße! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Na auf jeden Fall, wir fangen jetzt mit der ersten Challenge an. Und die Mädels müssen mal kurz verschwinden, weil wir machen einen Zaubertrank. Das, was es noch nie vorher gegeben hat. Hier! Oh mein Gott! Also die erste Aufgabe von den Mädels wird sein, was aus einem Topf trinken. Unsere eigene Bowle sozusagen. Und ich zeig euch schon mal was drin ist. Also... Erstmal... eine Tasse Espresso. Oh... Mal irgendwie brennend spüren. Das sieht jetzt ganz gut aus. Das geht's ja noch. Das soll ich auch noch trinken. Das ist ja locker wie Milch. Oh, oh, oh! Jetzt hier... Blaue Lebensmittelfarbe. Jetzt machen wir drei Päckchen Chilipulver. Und zum krönenden Abschluss nimmst du hier den maskierten Energy. Ich traue mich immer noch eine Scheisse mal. Ha! Guck mal nach! Hhhhh! Hhh. Hüe! Hüheh! Hüheh! Ehh! Hüheh! Hüheh! Lass sie holen! Lass sie holen! Jetzt schon wie die Mädels! Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich willkommen, Christina und Maria. Oh mein Gott, das sieht die Dings wie ein Spülmittel aus. Oha, ich weiß nicht, was war's. Spüli! Spüli to go. Was ist da drin da? Also guck mal, war's blau? Ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Oh, das ist Waffe, jetzt ist 5 Meter. So genau, kalt, wird auch warmer. Meine Damen und Herren, die Mädels, wenn sie jetzt noch mal tinken. Alter, das sieht wie Dings, wie Farbe, weißt du, nach dem Malen so. Wie sollen wir dann tinken? Farbglas. Lea. Lea. Wir haben es ja nicht voll gemacht. Wir haben es so gemacht, dass das halt... Sieht so nach Zemint oder so. Jawohl. Vielleicht schmeckt es auch gar nicht so scheiße, ne? Nur weil es wie Zement aussieht. Warte, sag mal, jetzt mal anfangen. Ja, wir haben es schon probiert. Wir haben es schon probiert, wirklich. Schmeckt es nicht schön? Kann man trinken, wenn man besoffen ist. Ich bin nüchtern. Auf die Plätze, fertig, los. Ich berechte live hier mittendrin statt... Ne, 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 das ist deine Brüche. Ihr müsst das jetzt beide trinken. Und dann bekommt ihr gesagt, was da drin ist. Mhm. Die? Mhm. Wenn es leer ist. Boah. Also... Also, sterben kann ich nicht. Also, Milch? Ihr könnt auch aufgeben, wenn ihr wollt. Okay, sie hat schon mal ihren ersten Tipp abgegeben. Milch. Das ist ein komischen Geräusch. Kirschsauer. Erinnert mich an Dings. Stifler. Ja, ne? Und die blaue Farbe auf jeden Fall. Da hat man sich schon selbst verraten. So. Ich halte es auch fest. Ne, so nicht. So haben wir dich gewettet. Das Ding muss leer sein. Für zwei Personen ist das eigentlich guter... Eigentlich machbar. Mittagssnack. Ja. Hat viel Kohlenhydrate. Ja. Zum Glück habe ich heute noch nicht gegessen, ne? Dein Frühstück. Oh. Und kurz vor fünf abends... Wenn ihr das fertig habt, dann sagen wir euch, was da drin ist. Ist irgendwie fester geworden, gell? Zement. Wer weiß. Das ist echt wie jetzt in die Hause. Kommen wir zum heutigen Wetterbericht, meine Damen und Herren. Das Wetter verursacht auf jeden Fall Kochschmerzen. Übelkeit. Dünsches. Oh Gott. Werden wir ihn nachher sehen. Ich will ja nachher sterben, Digga. Ich hab was vergessen. Da findest du morgen meinen Leicht auf dem Klo. Wie der Lukas. Ja. Mach die Geräusche nicht. Die machen richtig übel. Komm, dabei, dabei. Ey. Ja, ja, Sekunde. Komm, Falter. Gentlemen. Schön, wenn man von meiner Hand aus saugt. Boah, kannst du bitte in eine andere Richtung atmen? Ich schwöre, euch erwartet richtig Sweet Revenge. Tschüss, Gina, Mann. Du bist dieser Frau. Tingle. Tingle. Komm, gönnt euch. Ich hab mir Mühe gegeben bei dem Shake. Ich hab so eine Barkeeper-Ausbildung. Deshalb gemacht. Also, auf. Deswegen hast du anscheinend niemals da gearbeitet. Und bei dem Banker. Merkst du was? Alltag, Mann. Die haben gesehen. Oh shit, mach uns mal ein Cocktail, wie du den geil findest. Gemischt? Oh, das war kein Eben-Usaft. Schön, dass du da warst. Da vorne ist die Tür. Alex, wollen wir Plätze tauschen? Nein. Warum? Ich will mal die Moderatoren-Sicht einnehmen. Na, komm. Komm. Nee, ich geb auf. Nein. Ich kann nicht mehr, wirklich. Wir müssen mich verarschen. Das war hart. So lange Weg schon hinter uns. Ich kann es nicht mehr. So nicht mehr viel. Guck mal. Ich kann nicht mehr, ganz im Ernst. Schon nicht. Friend. Das war jetzt echt eklig. Also, ihr schmeckt... Also, ihr schmeckt... Mein bester, mein bester, mein bester, mein bester. Okay, los. Das kommt ins Zentrum. Ja. Bisschen noch. Bisschen noch. Blech geschafft. Blech geschafft. Jetzt sind wir was reingelaufen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich geh jetzt von aufs Sofa. Ihr habt es geschafft. Wollt ihr wissen, was da drin war? Ja, klar. Kein Bock mehr drauf. Dann nehme ich mal kurz Abstand, bevor irgendwas in den Poff gegen mich fliegt. So, da war einmal drin. Okay, Milch. Milch. Ah, das war schon klar. Milch. Schaum. So, als nächstes Energy. Milch und Energy. Dann ein Liter Sauerkirschnektar. Dann Chili-Pulver. Chili-Pulver! Ja. Und noch Kaffee. Espresso. Espresso. Und Lebensmittelfarbe. Ach, du Scheiße. Na, wir haben es geschafft. Komm. Die haben es wirklich geschafft. Komm, Mann. Komm, wir sind wieder heiß. Wir haben fast einmal Bilder, oder? Jetzt bin ich fett. Auf einmal. Auf einmal. Auf einmal. Geschafft. Also schön, dass ihr jetzt bei der ersten Challenge dabei wart. Wir gehen rüber zur zweiten. Juhu. Was geht ab? Also die Mädels haben die erste Challenge, naja, so halbwegs überstanden. Gerade so geschafft. Die haben es auf jeden Fall beendet. Jetzt kommen wir zur zweiten Challenge. Und das ist, was wirklich... Ich gebe euch einen Tipp. Was soll das? Hey, nein. Das wird der absolute Wirktest. Der Wirktest, der ultime Wirktest. Und jetzt überlassen wir den Platz dem Mädels, ja? The stage is yours. Oh my God. Wisst ihr, was das heißt? Äh, na. Die nächste Aufgabe von den Mädels ist es, eine Wurst mindestens bis zur Hälfte in Hals zu bekommen. Ich, die Gesichter, Digga. Ich kriege das nicht hin. Hi, Christina, kriege das hin, ich nicht. So, jetzt, jetzt. Doppel, sag schon vieles. Gönn dir eine Wurst. Gönn dir eine Wurst. Komm, du auch wüscht. Viel Spaß mit meiner Wurst. Die fängst du auch keine Lust mehr. Komm, als ob du es nicht schon... Hörstig. Was war das für ein... Hörstig hält, ne? Ja, mindestens die Hälfte bis in Hals. Ich glaube, das Video muss zensiert werden. F.S.K. 18 So, die Mädels müssen versuchen, die ganze Wurst in Hals zu bekommen. So, dass man... Gatze! Gals. Ja, sorry. Also, wenn die es schaffen, beide die Wurst komplett verschwinden zu lassen, ohne zu beißen, haben die gewonnen. Dann haben wir noch eine halbe Stunde Pause. Bis die komplett verschwindet. Seid ihr bereit für den absoluten Test? Ja, das heißt... Hahaha... 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 Wofür testest du das überhaupt? Es ist kein Test. Es sollst du so. Seid ihr bereit? Die Hälfte ist im Hals, die Hälfte ist im Mund, weißt du? Wie viel Zentimeter ist das? Hahaha... 20 Zentimeter. Sicher? Keine Ahnung. Steht nicht auf der Packung. Nein! Komm. Ach, ich kann das. Hahaha... 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 Ich schaue... Hahaha... Mach! Komm, reprobiert schon. Ja, sie will gewinnen. Ich komme bis höher. Das ist nix. Ja, jetzt auch. Ich komme weiter, weiter. Hahaha... Passt auf sie bricht! Hahaha... Hahaha... Christian, du hast die letzte Hoftung von euch beiden. Sollst du verloren. Ich mache die letzte hoffnung dennal schon ein zweites mal. Naja, aber sollst du verloren! Komm mal.. Zusammenwreisen. Channel. Warte... Wir schaffen das. Wuhu! Boah, ey! Okay, okay, das war schon ziemlich gut, oder? Boah, fast geschafft! Kriegen die einen Punkt? Höchstens halben! Drei viertel! Drei viertel, okay! Kannst du das machen? Oh, du machst das jetzt! Echt? Hol mal, ja! Also wenn ich das jetzt schaffe, dann wird mein Video publik in Köln! Lass mich mal dahin! Ich zeig euch mal wie das geht! Let's go Sunset! Mach jetzt! Das war Teil 1 von der Boys & Girls Challenge! In Teil 2, meine lieben Zuschauer, werdet ihr sehen, ob ich es geschafft habe, die Wurst komplett in den Mund zu nehmen, wie sich Christina im Imbiss blamiert hat und wie versucht Maria einem einfachen BWL Studenten Anabolika anzudrehen. Also, bleibt dran, wir sehen uns am Montag. Peace!